Hallo und willkommen zu Chants of Senna mit eurer Eule. Wir müssen Glocken läuten. So, wir brauchen das Geläut der Auserwählten. Sonne, Pflicht, Mond, Auserwählten. Seel könnte auch Lied sein. Lied. So, das ist Waage, Laute, Schlüssel, Schiff, Schlüssel. Waage, Laute, Schlüssel, Schiff, Schlüssel. Waage, Laute, Schlüssel, Schiff, Schlüssel. Das bleibt offenbar dabei. Ist er noch auf seinem Dach? No, er ist weg. Dann gehen wir doch mal runter. Oha, alle in Eile. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich angerichtet habe. Aber vielleicht ist hier jetzt Platz. Ja. Dann zu den Auserwählten. Ähm. Das ist Bauen. Das ist, glaube ich, das Glied. Und fürchte. Ich hoffe mal, das ist es. Ich glaube, das ist Fürchten. Das ist Bauen. Ah, das ist offenbar Musik. Laute macht Musik. Ah, deshalb. Auch nach oben. Das ist ein echt interessanter Aufzug. Das ist hübsch hier. Aber ich habe das Gefühl, ich war hier noch gar nicht fertig. Möchte mich unten noch ein klein bisschen umgucken. Wollte doch noch zum Herrscher. Wahrscheinlich hätte ich eh zum Herrscher gebracht, um Sachen herauszufinden. Vielleicht brauche ich auch noch die anderen Lieder. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ah, jetzt haben sie sich alle versammelt. Oh, dann dürfte ich jetzt überall hin können. Flasche, Waffe, Asche. Also, das ist was anderes da oben. Ich glaube, ich muss mich hier lang. Keiner mehr da. Vielleicht hat ja das Lied was an den Türen da unten geändert. Muss man sonst später zu Gebieten nicht mal wieder zurückkommen? Ich meine, man kann sich ja teleportieren. Aber ich glaube, man nimmt seine Sachen nicht mit. Stimmt, weil hier fehlte die Lampe. Irgendwann ging es hier nochmal hin? Ach, hier war es auch dunkel. Fehlt die Lampe. Moment, kann ich... Ah! Ah! Geh da rein! Das klappt noch nicht so richtig. Vielleicht muss ich erstmal mit der Lampe nach unten gehen. Und man kann auf jeden Fall irgendwie Sternbilder oder sowas sehen. Ah! Na gut, das klappt noch nicht. Aha! Mich schon gewundert. Hallo! Oh, äh... Tut mir leid. Ich kenne deine Sprache nicht. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Aber ich kann bestimmt den jetzt weiter übersetzen. Das möchte ich einmal machen. Ja, Teleporter. So. Unrein. Ähm... Das sind hier die Gläubigen. helfen. Welchen Gläubiger... nicht... nicht... machen, schaffen... Musik... nicht... 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 scharfen musik gläubigen scharfen musik also gibt es hier die unreine ablegen nutzen machen musik hervorragend ist einfach das hier zu finden und rein ja schön wenn man hier zurück machen könnten und rein machen musik krieger lieben musik krieger lieben musik etwas hat sich im turm verändert denn die gläubigen jetzt nicht mehr ausgesperrt das könnte ich eigentlich mal kurz nachgucken gehen wo wir eh schon unterwegs sind das ist der friedhof wo war denn der da war glaube ich ganz am anfang der eingang mit den kriegern ja nicht reinlassen war das sogar hier aha schau mal einer guck jetzt gucken sie denen beim musik machen zu hier war ich schon und da kam der geheime raus da muss ich hin quatsch so ein blödsinn hier muss ich überhaupt hin ich hab mich aufgepasst wo ich hergekommen bin das war nicht so klug das war der richtige eingang ups kann ich hier auch was übersetzen ne die verstehe ich immer noch nicht na gut dann auf nach hier kann ich immer noch reinstecken also das andere ist was ist der Exacte so da kann ich mal auch hier reinstecken Okay, ich glaube, ich muss da oben reingehen. Ich muss gucken, wie oft ich das Ding drehe. Okay, es muss genau andersrum. Also viermal. Halt mal kurz. Und dann hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fackel wieder mitnehmen. Und nach oben. Ah, jetzt kann man die auch einstecken. Gibt gleich notiert. Das ist die Laute. Das ist der Schlüssel. Ah, jetzt kann man auch sehen, wie die Punkte verbunden sind. Das ist das Schiff. Und das ist die Waage. Okay. Die Zeichen fand ich schon recht bildhaft. Haben wir so abgekürzt. Das ist der Befehl, das Glied. Die Festung. Hier, Schatz. Ah, das ist nicht der Herrscher, sondern die Schatzkammer. Der Ruf. Hier gibt es ganz viel Kram, aber das sieht aus, als würde man hier was brauchen. Und das muss ich auch helfen. und das ist richtig so das ist das ist suchen und das ist wissenschaftler der krieger vollständig übersetzt das ist doch besser und was hat es hiermit auf sich? Messer ich möchte die Linse haben das Ding das war der falsche Knopf das da und ein weiter noch mal zwei der der vier mal drei vier jetzt hier hingegen und bedienen ich gib mir das ah endlich und runter ich möchte wieder weg den Rest brauche ich nicht belögen ich möchte nicht die Schatzkammer plündern so jetzt noch einmal zur Sternenwarte so die war glaube ich hier hoch ja da waren die beiden Wachen und und zur Sternenwarte so jetzt kann ich hier diese Linse einsetzen so ich möchte gucken der hat das aus der Schatzkammer beantragt sch 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 dann wir da da Ich glaube, jetzt haben wir auch alles, was wir hier machen können, geschafft. Dann ist es also tatsächlich Zeit, eine Etage weiter nach oben zu gehen. Aber das machen wir beim nächsten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020